So, was die Tänzer noch nicht wissen, jetzt gibt es eine wunderbare Überraschung. Wir sind jetzt gerade da drin und proben. Und jetzt werden wir mal ein geheimnis Liste machen. Ich bin schon aus dem Tänzer in unserem SNS-TV. Und wir haben so viel Platz jetzt. Ja, also... Nein! Oh mein Gott! 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 finales Malen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt habe ich zufällig. Das ist keine Ahnung. Auf die Weise, umfangen wir hier zuwachst und den ganzen Rest. Einmal Mut. Wir gehen schon ein bisschen früher, weil... Wie ist das? Wir gehen schon. Wir gehen schon. Wir gehen uns. Wir gehen uns. Wir schützen uns. Aber hallo! Hoffen wir uns beim nächsten Züge Lorenz mit den beiden Schuppen! Wir werden mal hören, beim nächsten Züge Lorenz mit den beiden Schuppen! Wie war's? Geil! Hat Spaß gemacht? Ich mein, die Vorstellung und die Zauberstrecke ist so ein bisschen... Wie, hab ich ein bisschen versagt! Mit meiner Personenvorstellung haben wir da erstmal cool! Hat Spaß gemacht! Wir haben's geschafft! Juhu! Oh Gott, hey, zweimal Kiste, zweimal super gut klappt! Yay, wir haben's geschafft!